So Freunde, eigentlich sollte heute ein Video kommen zum Thema Stalking. Ja, wie ticken Stalker, was gibt es für verschiedene Stalker-Typen, wo findet man Hilfe und so weiter und so fort. Ich könnte mir vorstellen, dass das Thema für den einen oder anderen von euch interessant ist. Aber dann ist mir aufgefallen, es ist ja Weihnachten, Weihnachten steht schon morgen vor der Tür und deswegen schiebe ich natürlich noch ein Weihnachtsvideo ein. Den Clip zum Thema Stalking seht ihr dann am Freitag, am zweiten Weihnachtstag müsste das sein. Er geht also nicht verloren. Ich muss ganz klar sagen, Weihnachten dieses Jahr, ich denke mal, durch Corona und die ganzen Maßnahmen ist die Stimmung da wirklich auf dem Tiefpunkt. Also wer letztes Jahr noch gedacht hat, mein Gott, wie wenig Weihnachtsstimmung kann es eigentlich in deutschen Innenstädten geben, der wird dieses Jahr natürlich feststellen, oh, das Niveau kann noch deutlich sinken. Und deswegen glaube ich, ist für viele Leute dieses Weihnachten auch sehr, sehr problematisch. Ich denke, wir haben auf diesem Kanal auch viele Leute, für die war Weihnachten schon immer problematisch. Zum Beispiel die Leute, die aus schwierigen Familienverhältnissen kommen und so weiter und so fort oder niemanden haben, keine Angehörigen. Deswegen dieses kurze Video zum Thema Weihnachten. Wie schafft man es, dass das Weihnachtsfest doch noch gut über die Runden geht? Ja, und welche Fehler sollte man wirklich vermeiden, wenn man sich nicht über das Weihnachtsfest ärgern soll? Tatsächlich muss man sagen, in den Medien ist ja immer wieder so ein psychologisches Phänomen im Umlauf, das sich Weihnachtsdepression nennt. Angeblich würden die Kliniken in der Weihnachtszeit voll sein mit Leuten, die nicht mehr klarkommen in ihrem Leben. Ja, ganz viele Depressive, ganz viel Negativität und so weiter und so fort. Ja, die Datenlage gibt das tatsächlich nicht her. Man weiß, dass es tatsächlich keine extra Weihnachtsdepression gibt. Es ist so, dass viele Menschen ja rührselig sind um die Weihnachtszeit. Das wird mit ja natürlich auch extrem gepusht, ja, rührselige Gefühle in den Leuten auslösen, natürlich auch um Kaufanreize zu schaffen und so weiter und so fort. Es gibt aber, wenn man es ganz genau nimmt, kein Phänomen Weihnachtsdepression oder ähnliches. Es ist aber richtig, dass es eine Winterdepression gibt, sage ich gleich was dazu. Und es ist tatsächlich richtig, dass viele Leute nach den Feiertagen vermehrt durchdrehen. Sage ich jetzt auch gleich noch was dazu. Ja, Thema Winterdepression. Tatsächlich ist es so, dass sehr, sehr viele Menschen Lichtmangeldepressionen im Winter bekommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das gerade in diesem Jahr ganz besonders krass ist. Okay, gestern war wirklich schönes Wetter, da konnte man rausgehen, da hat man sich nicht den Hintern abgefroren. Aber durch den ganzen Lockdown und durch Homeoffice und so weiter und so fort, glaube ich, sitzen die Leute dieses Jahr mehr in der Bude, als sie es jemals getan haben. Und da kann man auch sehr schnell versumpfen von Netflix, vor YouTube und so weiter und so fort. Man geht ja nicht mal mehr zum Sport oder hat nicht mal mehr den Weg zur Arbeit. Ja, das ist eigentlich fatal. Lichtmangel macht einen wirklich Kürre. Deswegen ist meine Empfehlung für eine gute Winterzeit und gegen Winterdepressionen natürlich, geht raus. Leute, das ist wirklich wichtig. Ich kann das hier nur tausendmal betonen. Man weiß aus Studien, aus Untersuchungen mit absoluter Sicherheit, dass Lichtmangel einen fix und fertig macht. Fix und fertiger macht als alles, was man zuvor schon durch schwierigen Lebenslauf und so weiter leider abbekommen hat oder zumindestens das noch das Fass zum Überlaufen bringt. Das kann ich von mir selber auch bestätigen. Es ist sehr wichtig, rauszugehen. Jetzt werden viele natürlich sagen, naja gut, okay, ich muss nicht unbedingt rausgehen. Mir reicht mein Bettchen, mir reicht mein Sofa, denn ich habe die Vorhänge beiseite geschoben. Aber das ist tatsächlich nicht so, denn man unterschätzt bzw. überschätzt die Lichtmenge in geschlossenen Räumen. Egal, ob jetzt da die Vorhänge vor sind oder nicht. Denn, ich habe jetzt die Zahl nicht mehr ganz genau im Kopf, aber im Raum, trotz angeschaltetem Licht, trotz beiseite gemachten Vorhängen, hat man nur einen Bruchteil, einen wirklichen Bruchteil des Lichtes, das man draußen an der frischen Luft hat. Ich glaube, das waren irgendwie nur so 10% oder so. Da will ich mich jetzt nicht genau festlegen, aber es war echt wenig. Es werden viele natürlich sagen, ja Moment mal, das kann doch nicht sein. Also vielleicht die Hälfte, das sehe ich noch ein, aber mit Sicherheit nicht nur 10%. Ja, das kommt einem nicht so vor, weil das Auge sich durch die Pupillenweitung anpasst an die Lichtverhältnisse im Innenraum. Man merkt es nur nicht. Aber jeder kann sich mal zurückerinnern, im Sommer, ja, wenn man einen schönen langen Tag draußen war, da werden es viele Leute kennen, dass die dann nach Hause kommen, schließen die Tür auf, sind dann im Hausflur oder im Fahrstuhl, der ja eigentlich auch voll beleuchtet ist. Und man sich dann denkt, wow, jetzt wo ich aus der Sonne komme, von draußen ist es ja hier stockelduster. Ich sehe ja fast nichts in dieser Fahrstuhlkabine. Ja, weil das Auge sich noch nicht geweitet hat. Ja, und da wird einem klar, wie wenig Licht in Innenräumen tatsächlich ist. Wenn einem schon der Fahrstuhl im Hausflur düster vorkommt wie so eine Dunkelkabine, wo man fast seine Fotos schon entwickeln kann, dann ist klar, dass das Wohnzimmer noch dunkler ist. Deswegen Leute, bitte macht euch da nichts vor und bitte geht raus. Ich kann euch nur empfehlen, 20 bis 30 Minuten jeden Tag rausgehen. Das ist so wichtig. Wer das nicht macht, der soll sich nicht beschweren, dass er depri ist und schlapp ist und müde ist. Ja, Realtalk an dieser Stelle. Ich habe es zum Beispiel so, dass ich mich immer auch zum Lesen zwinge. Ich habe schon immer so mir selber gesagt, du musst 20 bis 30 Minuten lesen. Ich lese auch keine Romane, ich lese Sachbücher. Das hält sehr, sehr viel der geistigen Fähigkeiten auf einem hohen Level, ja. Und wenn ich den ganzen anderen Tag dann irgendwas zocke, das ist egal. Wenn ich 30 Minuten konzentriert, wohlgemerkt, gelesen habe, Sachbücher gelesen habe, dann ist das okay. Und das verbinde ich gleich mit dem Draußensein. Ich setze mich dann auch im Winter raus, ja, mit meinem Buch, habe dann gleich noch frisches Tageslicht und tue was für meine Bildung. Also meine Empfehlung. Leute, geht raus und verschanzt euch nicht in eurer Bude. Warum sind die Leute gerade nach Weihnachten dann fix und fertig? Nicht nur wegen den Winterdepressionen, sondern weil es natürlich Stress gibt mit den Verwandten an Weihnachten. Weil man da Leute sieht, die man nicht unbedingt sehen will. Oder Leute sieht, wo man sich nicht sicher ist, ob man die sehen will. Vielleicht ist das sogar noch die problematischere Kategorie. Gut, da kommt uns der Lockdown natürlich dieses Jahr eventuell entgegen. Also es gibt Untersuchungen von 2001 aus dem Magazin Chrismon, dass Leute insbesondere deswegen an Weihnachten durchdrehen, weil sie zu viele Kontakte mit Verwandten haben, dass sie hier noch Besuche machen müssen, da noch Besuche machen müssen und eventuell auf diese ganzen Verwandten gar nicht so richtig Bock hat, aber glaubt, das ist eine Verpflichtung. Die muss man sich antun, weil es von einem erwartet wird und es ist ja Familie und Weihnachten und wird jedes Jahr natürlich eines Besseren belehrt. Ich sage nicht, dass man seine Familie, mit der es noch einigermaßen läuft, in den Arsch treten soll. Aber man muss auch nicht mit so einem Negativfokus da reingehen und sich dann auch noch übermäßig mit Tante Irm traut, die einem schon immer mal wieder einen blöden Kommentar reingedrückt hat, so unterschwellig. Einem signalisiert, hey, eigentlich halte ich dich für doof, ich nehme dich für nicht ganz voll. Muss man sich mit diesen Personen nicht übermäßig auseinandersetzen. Man kann als reifer und erwachsener Mann seinen Fokus auch auf die Lebkuchen richten und Tante Irmgard oder Irmtraut, ich weiß nicht, wie ich sie gerade genannt habe, einfach sagen, ja, hallo, Irmgard und dann, tschüss, Irmgard, wann endlich mal wieder gesehen zu haben und fertig. Nicht übertriebene Erwartungen auch an Weihnachten haben. Das ist doch der absolute Killer. Oh, jetzt ist Weihnachten, jetzt muss das alles happy sein. Oh, wow. Jetzt muss ich, ja, die ganze Zeit mit einem Smile durch die Gegend laufen und wenn ich das nicht mache, dann ist Weihnachten ein Fail. Nein, Leute. Eins meiner glücklichsten Weihnachtstage, Weihnachtsfeste war vor ein paar Jahren, dass ich nach dem Weihnachten mit meiner Familie an der Bushaltestelle stand und da haben mich plötzlich extreme Glücksgefühle überkommen, dass ich dachte, es gab keinen Streit. Es gab keinen Streit. Es ist zwar jetzt auch nicht so das Freudenfest an sich gewesen, aber ich bin so glücklich gewesen, dass es einfach nur keinen Streit gab. Ja, das hat mich so happy gemacht, an der Bushaltestelle zu stehen und zu realisieren, dass Weihnachten war einfach nur unproblematisch. Ja, und das war tatsächlich eins meiner schönsten Weihnachten, weil ich gerade nicht mit voller Kanne fokussiert habe, dass es so toll sein muss. Ja, und nicht, dass es das eigentliche Fest mit der Familie so übermäßig toll war, sondern dass es einfach keinen Streit gab und das hat mich so happy gemacht, Leute. Deswegen seid klug, habt nicht zu hohe Erwartungen, wenn ihr wisst, vorausgesetzt, wenn ihr wisst, es gibt immer wieder Ärger an Weihnachten, wenn es an Weihnachten kein Ärger gibt, ist das natürlich hier alles nicht relevant, aber habt nicht zu hohe Erwartungen. Konzentriert euch auf die Lebkuchen und nicht auf eure Hater. Ja, und freut euch dann am Ende, wenn ihr an der Bushaltestelle seid oder im Auto sitzt oder zu Hause seid darüber, dass es einfach nur gechillt war, Leute. Das ist doch eine schöne buddhistische Einstellung, die man hier zu Weihnachten haben kann. Ja, was an Weihnachten ebenfalls und insbesondere in diesem Jahr durch die tollen Corona-Maßnahmen, die wir haben, ein Problem ist, dass viele Leute einsam sind, dass die eben keinen haben. Ja, kein Treffen mit der Verwandtschaft, weil vielleicht Kontakt zur Familie abgebrochen, was weiß ich, eventuell wenig Freunde haben, weil zum Beispiel Autist, wir wissen es nicht, oder ja, es gibt unzählige Gründe, ganz klar. Das ist wirklich ein Problem. Okay, und da möchte ich sagen, Leute, wartet nicht darauf, dass die Leute zu euch kommen und euch besuchen, während ihr depressiv in eurem Bettchen liegt. Ja, heulen hilft hier nichts. Das muss ich an dieser Stelle Real Talk sagen. Das ist eine nüchterne Sachvorstellung, Sachbemerkung, wo mir wahrscheinlich jeder von euch auch zustimmen wird, sondern ihr müsst jetzt die Leute sein, die progressiv rausgehen. Ja, ihr müsst das Licht in die Welt bringen, dass ihr, dass ihr auch wollt, das für euch scheint. Das ist völlig klar. Deswegen in diesem Video eine kleine Weihnachtschallenge für euch. Schreibt doch an Weihnachten, ja, 24. oder am 1. ja, mindestens fünf Leute an. Ist egal, ob auf WhatsApp, auf Instagram, spielt keine Rolle und wünscht diesen Leuten schöne Weihnachten. Denn das ist das, was ihr euch ja auch wünscht, dass Leute an euch denken. Und ich bin mir sehr sicher, wenn ihr irgendwelche alten Freundinnen oder Freunde oder einfach Leuten, mit denen ihr auf Social Media in Kontakt steht, einen Weihnachtsgruß gebt, werdet ihr auch einen Weihnachtsgruß zurückbekommen. Ja, fünf Leute anschreiben, das wäre meine Challenge. Und wer sagt, ich habe keine fünf Leute, weil ich tatsächlich sehr, sehr isoliert bin, tja, dann müsst ihr euch halt auf Tinder anmelden und da Leuten einen Weihnachtsgruß senden. Deswegen heißt das ja auch Challenge, meine lieben Freunde. Und damit ich hier nicht Traubensaft predige und Mineralwasser verteile, habe ich mir vorgenommen, verschicke ich fünf Weihnachtspostkarten an euch, meine Lieben. Diejenigen, die mir auf Instagram schreiben, die ersten fünf, die müssen mir nur euren Namen und eure Adresse schicken, an wen hier die Karte gehen soll. Der bekommt von mir eine Weihnachtskarte. Ja, fünf Karten sind nicht viel. Es sind natürlich die Leute, die auf YouTube die Glocke für meinen Kanal abonniert haben, im Vorteil. Weil ich denke, dass ich damit meine eigene Challenge trotzdem schlagen kann. Ist natürlich dann eine handgeschriebene Karte, ist klar. Und ja, schickt mir einfach euren Namen und eure Adresse und dann bekommt ihr die Karten von mir. Und wer keine Karte bekommt, sei es euch ein Trost, dass ich sowieso eine absolute Sauklaue habe, die fast keiner lesen kann. Manchmal noch nicht mal ich selber. Deswegen muss ich unbedingt alle Skripte und alle Notizen zu meinen Videos immer mit dem Computer ausdrucken, weil ich die sonst auch nicht mehr lesen kann. Ja, und abschließend möchte ich sagen, Weihnachten ist immer ein Gefühl, das man im Herzen hat. Ja, ich ärgere mich auch darüber, dass es keine Weihnachtsstimmung in den Innenstädten gibt. Ja, ich ärgere mich auch darüber, dass Weihnachten ein rein oder für viele ein reines Konsumfest geworden ist. Wobei ich sagen muss, ja, das stört mich eigentlich nicht. Also man kann an allem, man kann an allem etwas Negatives finden. Und ich persönlich muss sagen, dass ich auch am Konsum schenke jetzt, man muss nicht alles negativ sehen. Es ist möglich, ja, aber man muss es nicht. Ich mache es nicht an Weihnachten. Weihnachten ist ein Gefühl, das man im Herzen hat. Ich gehöre eigentlich immer zu den Leuten, die jedem Kassierer eine schöne Weihnachtszeit wünscht, wenn ich irgendwo einkaufe, der, was weiß ich, jedem eine schöne Weihnachtszeit wünscht. Viele sagen dann, naja, Weihnachten ist ja sowieso scheiße, nee, das ist gar keine schöne Weihnachtszeit. Ja, aber da sind wir wieder dabei. Leute, geht mit gutem Beispiel voran. Und es gibt viele Leute, die sich darüber freuen. Ich bekomme immer wieder crazy die Rückmeldung, dass ich der Erste gewesen sei, der mal irgendwem im Rossmann, im Drogeriemarkt oder was weiß ich, schöne Weihnachten gewünscht hat. Ja, das ist doch umso schöner, dass ich meinen Beitrag mit so einer Kleinigkeit leisten kann. Das ist meine Empfehlung für euch. Macht das auch. Geben ist seliger als Nehmen. Für dieses Video. Ja, soll es das gewesen sein? Ich hoffe, dass ich den einen oder anderen inspirieren konnte. Natürlich dieses Video. Ein Weihnachtsgruß an alle meine Abonnenten und Zuschauer. Wir sehen uns aller spätestens in zwei Tagen, müsste das sein, wieder beim Stalking-Video. Morgen Abend, dann Heiligabend, bin ich bei meiner Mutter zum Essen. Mal gucken, was es gibt. Und ja, meine Lieben, ich wünsche euch frohe Weihnachten. Lasst euch nicht ärgern. Genießt das Weihnachtsfest. Positives Mindset. Ja, und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu Weihnachten bekommen habt und wie viel Kilos ihr zugenommen habt. Ich werde wahrscheinlich euch auch schreiben, dass ich einiges zugelegt habe. Also, meine Lieben, ich wünsche euch alles Gute. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke auch für euren Support. Ja, als Abonnenten, als Follower, als Kanalmitglieder. Was weiß ich. Wir sind jetzt hier schon über zwei Jahre auf YouTube am Start. Und ich freue mich auf das dritte Jahr mit euch von Herzen. Gerne. Und in diesem Sinne, meine Lieben, wir sehen uns. Haltet die Ohren steif und frohe Weihnachten.